Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal Simon Gamer Bruder. Ich habe meine eigene Begrüßung verkackt. Simon Tisi Schubert. Ja, ist auch schön. Freunde, ihr seht heute das wunderschöne Best-Wall von gestern. Ich EA-Account. Hatten wir mal... EA-Account! 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 Hallo, ich bin der Simon Gamer Brasser und ich habe einen EA-Account und ich stehe dazu. Ich gebe die Hand. Ja, muss man mal hier mit holen. Ey, Freunde, es war ein geisteskranker Stream. Also, ich glaube, es hat selten so heftig Bock gemacht. Checkt auf jeden Fall auf. Ey, das Best-Dorf bei den Teasys ab. Ist das wirklich wild? Was haben wir heute alles gezogen? Das ist kanzig. Geisteskrank. Freunde, smasht auf jeden Fall den Like-Button. Wirklich vielen, vielen Dank nochmal gestern auch für den Support beim TNO-Drop. Ist ja jetzt der erste gewesen, wo ich auch mit dabei gewesen bin. Der Stream, es war wirklich alles Geistkrank. Vielen, vielen Dank. Ihr habt wirklich TNO-Komplett auseinandergenommen. Ein paar Restbestände sind auf jeden Fall noch da. Geistbehindert. Weißt du, ein wichtiges, emotionales Thema für uns. Ich wollte noch mal drüber, was er drin hat. Jetzt krieg ich's nicht mal mehr rein. Okay, kannst du weitermachen. Ne, Freunde, also wirklich geistkrank, weil es sich beim TNO-Drop rausgekoffert hat. Vielen, vielen Dank da an jeden Einzelnen. Also, ich glaube, so heftig hätten wir es dann tatsächlich auch nicht erwartet. Also, es waren relativ schnell schon einige Größen ausverkauft. Ich glaube, mittlerweile sind noch die Shirts schon weg. Ich meine, wir haben noch ein paar Pullover. Also, es ist noch nicht alles komplett weg. Deshalb checkt's sehr gerne mal aus. Hier seht ihr zum Beispiel das T-Shirt. Ich hab den Hood hier an. Link ist auf jeden Fall zu TNO in der Beschreibung. Gibt noch ganz... Gibt's auch noch vereinzelt die Größen, ne? Ja, genau. Also, wir haben noch ein paar Restbestände. Wir haben ja als Maßstab den letzten Drop von euch genommen. Es müsste das Black Friday-Ding gewesen sein, ne? Ja. Und haben da extra die Stückzahl ein bisschen hochgekoffert, damit auch wirklich die meisten von euch was bekommen können. Deshalb schaut auf jeden Fall gerne noch mal rein, für die, die es gestern verpasst haben. Vielen lieben Dank. Lasst gerne ein Like da. Ich glaube, mehr müssen wir nicht sagen. Es war ein geistkranker Stream. Es war hier den hier. Kuss. Schaui, Leute. Freunde, ganz, ganz fixer Hinweis. Bevor es mit dem Video losgeht, darf ich euch nämlich noch auf meinen Partner Display hinweisen. Ich bin ja schon sehr lange mit denen verpartnert und wir unterstützen auch das United-Turnier. Für die, die es noch gar nicht wissen, Display, die stellen diese Metall-Poster her, die ich quasi überall in meinem Haus hängen habe. Also sowohl oben auf dem Dachboden im Heimkinoraum, als auch natürlich hier unten im Gaming-Keller. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel beim Hintergrund ein paar Lieblings-Displays von mir. Ich habe eigentlich immer die XL-Displays. Das heißt, die setzen sich aus vier M-Displays zusammen. Und das Geile ist halt daran, ihr habt einfach richtig hochwertige Poster. Die können nicht verknicken, wie bei Papierpostern. Und ihr könnt es halt einfach nicht verkacken, ne? Ihr müsst nicht irgendwie immer neu kleben oder so, sondern das Ganze funktioniert magnetisch. Ihr setzt sie dann einfach zusammen. Und dadurch hängen die Teile eigentlich immer gerade. Also es sei denn, ihr wollt halt nicht, dass sie gerade hängen, was wild wäre. Ich feiere die Teile auf jeden Fall extremst. Und es gibt auch wieder eine richtig geile Rabattaktion, Freunde. Und dafür müsst ihr einfach nur auf den Link in der Beschreibung klicken. Also es gibt da nicht irgendwie einen Code oder so, den ihr anwenden müsst. Das fragen immer viele. Sondern einfach nur auf den Link klicken. Dann, wenn ihr Displays im Warenkorb habt, dann zieht sich der Rabatt schon automatisch ab. Ihr müsst halt einfach nur über meinen Link einkaufen. Und das halt echt kinderleicht. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt nur ein Display haben wollt, dann könnt ihr alleine schon 27% sparen. Wenn ihr einfach auf meinen Link klickt und euch dann eins aussucht. Wenn ihr mehr als drei Displays kauft, spart ihr schon 37%. Also es ist wirklich eine richtig krasse Aktion. Checkt es mal ab bei meinem Partner Display. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und rein da. Promopacks. Und Lightning Round ist da. Und rein da. 50.000 Stück zwar nur. Aber das ist schon mal der erste Step. Jetzt hoffen wir, dass die Karten geil sind. Walkout. 85er Genie Wijnaldum. Oh, Schmutz. Huntela gibt es. Halt's Wohl. Es gibt Huntela. Wie schnell gehen wir. Es gibt Huntela. Walkout. Ja, ich mach weg. Und Poldi SBC. Krank. Digga, Huntela mit 90. Ah, Chesney. Halt's Wohl, Digga. Es gibt Huntela. Oha. Wir sind nur noch 30.000 da. Äh, äh. Äh, äh. Wie geil. Den zock ich in die Weekend League, ne? Der Hunter. Den zock ich so safe, den Hunter. Halle, ich gebe die wieder weg. Ja, Walkout. Nix. Nix, nix, nix. Aber 50er ist eh aufwärm. Ja, Mann. 100 und 125er sind es. Aber die gehen wieder so schnell weg. Ich hatte einen Edelsohn. Sané ZOM. Okay, sind aber noch da. Komm rein, rein, rein. Huntela, Five Star Week Food. Uff, Digga. Bei uns gibt es kein Walkout, okay. Geburtstag. Ja, Food Birthday. Geburtstag. Monty. Monty. Ah. Es gibt es. Es gibt es. Ich habe einen EA Account. Ich habe so einen EA Account. Ich habe so einen EA Account, Digga. Digga, er hat ein kranker EA Account, ne? Einfach EA Sports. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Verliebt, verliebt in diese Firma. Der hat so einen scheinen EA Account, ne? Digga, was ist das? Digga, du hast eine kranke EA Account. Let's go. Das ist doch wahrscheinlich einer der teuerst. Safe. Bruder, was ist das? Ja, nicht schon. Zwölf Stück. Was ist das, Digga? Ohne Spaß, aber der Monitor, bei euch in Studios Ekelhaft sucht. Digga, ich stream mir die einfach nicht mehr. Nee. 1,6 Millionen. Halt's Maul. Halt's Maul, Shit. Was denn? 1,6 Millionen. Ja, 1,2 nur. Okay. Nee, ist weggegangen. Ist das unfassbar, Manners. Ach, du Scheiße. Ich kann ihn nicht verticken. Das wird Untrade sein, ne? Ich bin einer Untrade, so. Das geschenkte Set ist anstrengend. Ist das unfassbar. Und guck mal, zum Geburtstag, Amis, kriegst du auch noch einen Kolajinatz geschenkt. EA Sports schenkt mir zum Geburtstag einen Untrade-Kolajinatz, einen Hüntelatz zum Erzocken und, Bro. Machen wir die ganze Scheiße da weg. Die ekligste Karte in FIFA 21. Wir rennen immer der Schäße nachher. Können wir mal wir zuerst was ziehen? Wie geil ist das bitte? Das ist nicht normal. Er heißt Ficken. Das Ficken. Fickentasche. Er ist einfach, Bro. Die Ficken-Tasche. Ey, könnten wir aber auch gutes Spiel haben zum Geburtstag. Das ist er. Der zweite Fut-Geburtstag für Broski. Ey. Inform-Walkort, sehr gut. Plus zwei Rating. Scheiße. Er war flankt. Ja, da bist du dann. Ja. Geh ne dran noch. Boa, nu. Ja, dann dürft ihr zwei 50er-Karten verlosen. Macht ein Oldshot an. Ja, moin Meister. Hast du den? Moin Meister. Drei Walkouts drin. Ich hasse den Typen. Mit einem Tag mit André Erstegen auch noch dabei. Digga, ich sag's dir, wie es ist. Wir streamen hier mit keinem anderen mehr. So, Jungs. So, Jungs. Das ist doch schön. Lasst ein Däumchen auf dem Stream da. Da ist er. Der Lukas. Kommt der in Zeitrufe reingerannt? Ja, der macht's ein bisschen langsamer, weißt du? Ja, richtig, Digga. Nehmen wir die Leitnehmer mal hier noch mit los, oder wechseln wir? 20 Uhr. Kein, da. Was sind sie? Oh, und ich hab in München geöffnet. Aber 180.000 ist ja Wahnsinn, Digga. Jungs, da wird so reingeschallert. Ich hab mit Coins geöffnet. Keiner, in Form raus. Da wird so reingeschallert, Jungs. Ich hab mit Coins geöffnet, Digga. Da wird komplett reingeschallert. Komm bitte, Digga. Walkout. Macht nochmal einer. In Form. Kann nur Schmutz sein. Kein In Form, kein Walkout, nix. Oh, Loris. Hoffen wir's. Und ne Hamidou. Oh, Deepa ist scheiße. Warum hättest du ihn eigentlich so? Bin ich gespannt. Walkout. Ich kann auch mal Icon ziehen. Es wird auch mal Icon ziehen. War das jetzt ineinander, wo keiner war? Oh, Oplak. Let's go. Schönes Rating. Nehmen wir. Nein. Schade. Cristiano. Nein, nein, nein. Das ist ein Walkout. Nix, 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 nix. So, Timo. Bobby Firmino. Coalmanners. Pushed. Gute Leitung einfach. Nee, das ist einfach schon. Walkout. Foot Birthday. Let's go. Ja, Samir. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich glaub's nicht. Ich bin so da. Ja, Scheiße. Alter, das geht's gar nicht. Sieg einfach in zwei, baby. Ehre, Bruder Leeroy. Ich hab ein Trikot von dir, als du noch beim glorreichen S04 warst gekauft. Leeroy, ich liebe dich, Bruder. Komm zurück nach Schalke. In der zweiten Liga greifen wir an. Wir sind einfach eins zu einzig vergleicht. Hier. Füchten ihr Ehrkampf. Nein. Und ehrliche Damen. Digga, ich hab einfach die zwei Besten gezogen. Nein. Ich hab einfach die zwei Besten gezogen, Digga. Das kannst du gar nicht sehen. Ey, er ist auch eine Mille wert. Let's go. Das ist krank. Let's go. Es ist einfach krank. Einfach die zwei Besten gezogen. Das kannst du gar nicht sehen. Ach, ist das schön. Das kannst du gar nicht sehen. Walk-out. Guck mal, wir kriegen nochmal Walk-outs. Ja, wir haben einen Witzel, der ist auch gut. Da kommt schon die traurige Musik. Das kannst du keinem erzählen. Ach, ist das schön. Ja. Wir kriegen nochmal Walk-outs. Das war wieder ein Furburt, aber es war kein Walk-out. Halt deinen Maul. Jawohl, Digga. Fang-he-chan. Let's go. Kannst du keinem erzählen. Ich kann nicht drüber lachen. Nee, ich kann auch nicht mal lachen. Was ist denn los? Wo seid ihr denn? Ich kann keinen. Puscht euch doch mal. Digga, da kann ich nicht. Ihr müsst ja auch mit Gefühl öffnen. Mit Gefühl. Walk-out. Schade. Schade. War nur normal. Ja, schade. Wir sitzen in einem Raum. Wir haben dieselbe Internetverbindung angestöpselt. Was stimmt hier nicht? Es ist, ich weiß es nicht, Digga. Was soll ich sagen, Bruder? Bei mir läuft auch gar nichts mehr. Dein Maul. Bei mir läuft auch gar nichts mehr. Das Pecklack habe ich so verlassen. Du kriegst heute nichts mehr zu trinken. Du kriegst heute nichts mehr zu essen. Es ist wieder ein Furburt, ey. Aber ohne Walk-out. Jawohl, Digga. Ich demütige euch doch mit einem großen Steam-Aus, Bruder. Ist das frechlich. Jetzt gehe ich wirklich nach Hause. Ohne Scheiß, ihr könnt alleine weiter streamen. Nee, das ist halt mal lustig. Das sage ich euch, wie es ist. Da sehe ich keinen Sinn mehr dahinter. Guck mal, ich habe es. Heiken. André Silber. Wow. Drei Informs, Bruder. Halt die Schnauze. Das sind aktuell viel wert. Halt die Schnauze. Informs sind aktuell viel wert. Das kannst du keinem erzählen, Digga. Was ist denn los? Das ist hier nicht ein Satz in vier Wänden. Das ist Demütigung in vier Wänden. Jungs, das ist der letzte Dural-Stream. Walk-out. Ist der arrogant daneben, Digga. Ich bin nicht arrogant. Zwei Walk-outs, drei Walk-outs und ein Pack. Schmeckt doch. Wieso legt ihr denn so Auge? Gönnt euch so ein Hoodie. Wenn ihr den Hoodie anhabt, habt ihr auch Pack-Lack. Das ist nämlich euer Problem. Ihr habt das T-Shirt an. Na und? Ja, zieh mal. Hallo. Hallo. Ja, okay. Ich habe extra schon eine Koffel. Ich habe wieder eine. Ich habe wieder eine. Ja, ich habe auch eine. Ich habe auch eine. Stark, ganz kurz. Ich habe Kopfweh. Ich habe Kopfweh. Mach weiter, mach weiter. Komm, mach weiter, mach weiter. Ja! Das muss komplett anders hergewichtet werden. Reicher Account, Geringverdiener-Account. Kopf, Tibau, bitte. Leg doch einer nach. Und rein da. Und bitte noch mal so was Schönes. Oh, 129.000. Oh, let's go, Digga. Und die gehen eh langsam. Jetzt werden die Geringverdiener aus dem Weg geholt. Ey, guck, ich habe früher draufgeklickt. Schade. Egal, du kriegst den Walk-out. Ne, ich kriege ihn auch nicht. Mach kein Auge, Wurowski. Ja, ich meine mit Geringverdienern, nicht euch. Wir sind Großverdiener, Großkapitalist. So, Jungs, komm, nochmal ackern hier im Chat. Nochmal Purschen den Laden. Meiner fährt gerade in 2. Das ist ein fetter Ronaldo. Icon, wo bist du? Kanté, let's go. Ganz stark, Angolo. Sehr schön. Goldkarte, über die man sich noch freuen kann. Digga, ich schwitz' so darauf, vor euch eine Icon zu ziehen. Ja, iso. Ich schwitz' gerade so darauf, euch mit einer Icon einfach ein Sch zu drücken. Scheiße, hat ein Walk-out. Ja! Du bist der, oder? Du bist der? Oh Mann, nein, nein, nein. Nein! Ich bin Geringverdiener! Wichtig. Scheiße! Oh, tut die. Tut die. Danke. Bist du wieder durch, die Bauern? Ja. Der war wichtig für die Gemütslage. Sex. Der war sehr wichtig für die Gemütslage. Und ja. Und ja! Back to back! Ruhig! Thiago! Thiago. Ganz ruhig! Ganz ruhig! Und runter! Und runter von dem hohen Ross! Nein, nein, nein. Runter! Okay, ist okay. Runter! Hörst du den Drop? Ich hab noch einen erwart. Mach! Jetzt brauch ich nichts nachlegen. Thiago. Komm mal, ey, guck mal! Hey! Ich, danke. Ich geh wieder in meine entspannte Pose rein. Och, du Scheiße. Dankeschön! 700.000 Coins! Die Firma dunkt! So widerlich deine EA-Account. Ja! Thiago, mach was! Ich hab drei Foot Burstee hintereinander. Ich hab drei Foot Burstee hintereinander. Moin, Meister! Was ist denn los, dein Lieben? Ich spiele auch. Ich hör gar nichts mehr. Warum ist denn das so ruhig auf einmal? Leid, ich hab's wieder geöffnet. Was ist das denn? Wir haben Lauric kritisiert. Schau, kommt da. Ach, das ist das denn? Good Burstee ist er da einfach. Eike, nein! Soll ich mal vier? Vier? Dann, dann, dann. Ich hab den Schenkel. Mach nur was. Ich will da Eike ziehen, Mann! Ich zauber sie jetzt. Ich zauber sie aus dem Hut aller Wien. Was ist das denn? Ja! Ja! Ey, komm, wir tun uns zusammen. Es läuft bei allen gut. Jetzt müssen wir uns nicht zusammenschließen, Kinder, ne? Weil dein Pferd unten steht. Mach meinen Counter hoch. Das ist neun! Mach doch selbst hoch. Ab und oben durchs Stück. Kann ich nicht. Neun. Scheiß geringen Verdiener. Ich bin da. Ich bin da. Ruhig. Nein, nein, nein. Eike. Ja, 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 ja! Nein! Boah, ich hätte euch Weiß so nicht gegönnt, ne? Ich bin ehrlich zu euch. Messi. Ja, ich glaub Weiß will jetzt keiner gönnen, ne? Ach, Hummels. Pogba. Digga, daraus schneid ich fünf Videos. Ey. Der ist doch Weiß. Der macht noch Weiß. Der macht's da drüber, glaube ich. So Angst, ne? Es kommt noch gestellt um 22 Uhr, ne? Will ich nur mal kurz in den Raum werfen. Simon, du hast noch was zu halten, ne? Dann muss ich jetzt... Dann geh in den Top rein und hol dir Eike. Ich kann nicht. Junge, der angelt die Eike vor dir! Der angelt sie! Bei uns ist Ende, es geht nicht. Nein! Dafür krieg ich sie jetzt nochmal. Hummels! Ich muss nochmal, ich muss nochmal. Schickst du jetzt gleich alle gekickt? Kriegst du auch noch mal? Nein! Hey, 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 hey! Hey! Ist weg. Der hat's nochmal. Ist weg. Männer, Männer, war ein gutes Battle. War ein sehr gutes Battle. Stark abgeliefert. Alle miteinander. Sehr stark. Was war denn los, Alter? Was war denn? Was hab ich auch noch nie erlebt? Äh, äh. Das war's flavor, ich habe nicht so benutzt. our weight es ist auf Herrn Mayes, schiefst du einfach nicht. Ich habe giants damit gesehen. Oh, ich warFC.